Gehen wir langsam? Ja, Freilich. Gehen wir nicht auf die Studie, oder? Die Anzeige? Ja. Ja, ja. Unser Freund Georgi folgt uns. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ne, komm ich jetzt vom Köln. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und da hat er runtergerächt. Ach, was hat die Schweiß da draus? Ja, das ist, äh, bei, äh, wo wir mit den Betten gewartet haben. Ach, was hat die Arbeit. Ja, ja, denn ist der Gier da, schwind's. Ja, ja, ja. Ach, du? Ja, ja, ja. So, scheidertall ist das. Mhm. Schee, ja, bunter, gell? Schee, so, schee, ja, doch, ne. Aber, ja. Ja, das sind ja ungeheuer. Ja. Ja. Ja, du hieß es gleich, wo ich es gewohnt hab. Ja. Wo? Ja. Ja. Ja, wo? Ja. Wo? Wo? Der Hubschatz drin gewohnt. Gut? Ja. Schade, du hast es draufgetrickt, wenn du drauf wirst. Der Wind ist neben dem Markt. Ja, das ist interessant. Herram, ja. Das ist alles, was du sagst. Aber du hast hier schon gebelcht. Jetzt hast du vor der Flasche geklappt. Ja. Sherry-Stone, das ist die Wurdte, habe ich zuerst versucht. Aber du wirst deine sociais so tun, dass wird da im Wald vor. Und die Wurlaut und die Böcherste so Material bekommen. Aber sie ist ein Stück schlecht. Gehen wir einen Film, Kurt, nicht? Hm. Die Schwanen hast du mal so gewesen, Kurt. Ja. Mit dir zusammen. Ja. Und heute hast du die Berette wohl nicht tot zu bleiben. Ja, wir sind zehnmal die Fischmecher. Echt? Hm. Wahnsinn. Ja, hast du die Meter nach acht, Mecke? Es geht zurück zum Touristenbuch. Ja, ja, ja. Leider gar keine. Das ist ja eine Schwarzwaldur. Da kannst du neu gehen. Mhm. Und Kommunen 100% Neuverschuldung bedeuten. Die FDP hat der Regierung gesprächsische Mannschaft angeboten. Der stellvertretende Fraktionschef Blüderle sagt, der Südwestrundfunk, anders als die Union, habe die FDP ein klares Gegenkonzept zu den Regierungsvorschlägen. Die FDP will Tauschal 20% aller Subventionen kürzen. Das soll insgesamt 14 Milliarden Euro in die Kassen bringen. Bei den Verhandlungen über eine Gesundheitsreform könnte es bis Anfang nächster Woche eine Einigung geben. Wie aus Kreisen der Verhandlungsrunde bekannt wurde, soll ein... Ja, auf jeden Fall. Bei den drehen ist es. Ich bin auf dem Fall. Er wurde in die Mitte. Oh, das ist jetzt. Ja. Ja. Das war's. Oh. Doch, Molle! Prost! Jetzt sind wir ziemlich in der Stadt da, das wird das Baunus-Viertel sein. Entschuldigen Sie, Frau von der Münster. Das gibt es jetzt irgendwo. Da muss man mal drühen, dass man die Ecke zu binden. Na, na. Obstelle gehen. Die sind sehr schön, liegt gut. Sauer ist der noch, der ist so schmullig. Die Ecke ist ein bisschen in der Seele, die Ecke ist schön. Das ist eine große Fische. Das ist ein bisschen wertvoller. Der ist so schmullig. Der ist ein bisschen wertvoller. Der ist ein bisschen wertvoller. Der ist nicht wertvoller. Der ist eine große Fische. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Schönste war, wie man vorhin da außen weg... Tschüssi. Oh, ja. Du kannst mit dem Boot direkt durch Straßburg nämlich reifahren. So, hier genau verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Wir sind halt 500 Kilometer gefahren. Hallo, schwarter Mann. Oh, ja. Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... 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 Das ist ja...